Willkommen zurück, meine lieben Lumpig-Freunde da draußen und Zuschauer, die eventuell noch Lumpig werden wollen. Heute gibt es mal wieder ein Handcam-Video und zwar habe ich euch heute die schnellste Bauart mitgebracht, die es in Bad Wars gibt. Es ist ja aktuell richtig trendig, dass Leute ihre Bautechniken zeigen und damit immer 5 Millisekunden sparen oder was weiß ich auf 500 Blöcke. Und deswegen habe ich heute einfach mal meine Bautechnik mitgebracht, die ist nämlich noch viel, viel besser. Und zwar geht die so, Jungs, das ist ganz wichtig. Und dann? Und dann dürft ihr erst einmal wieder bauen. Das ist die Bibi-Bautechnik, Leute. Ich hoffe, sie hilft euch später in Bad Wars. Ihr könnt natürlich auch. Guckt mal, Jungs, wie ihr seht. Und jetzt holen wir uns den einfach, würde ich mal behaupten. Wir machen hier erstmal den Weg so ein bisschen kaputt. Müssen wir mal gucken, wie wir uns stellen können. Okay, das ist eigentlich ganz gut. Also wie gesagt, diese Bauart ist die geilste und schnellste Bauart, die es in Minecraft Bad Wars gibt. Und die würde ich jedem empfehlen, der viel zu viel Freizeit hat, um solche Techniken zu erlernen. Also ohne Mist. Das ist jetzt eine Ironie gewesen, weil mich das einfach ankotzt. Es nervt mich einfach, was Leute da für kranke Scheiße erfinden und was man da lernen muss, damit man in diesem Blogspiel hier eine Chance hat. Weil mittlerweile der Standard dann auch einfach immer, immer wieder höher wird. Ja, geil. Wir machen noch eine Runde, Jungs. Wapp, wapp. So. Nächste Runde. Miniland. Da sind wir direkt reingekommen. Ähm, ja, also es nervt mich echt mittlerweile. Boah, baut doch einfach ganz normal. Ganz viele große Bad Wars YouTuber haben auch gesagt, sie möchten das alte Bad Wars wieder. Und dann erfindet man solche Bautechniken. Da denke ich mir nur so, ja gut, alles klar, Leute, macht das. Also, wapp, bapp, ba-da-di-dai-da. Wapp, bapp, da. Also, das läuft gerade. Die Technik, sie ist einfach top. Jungs, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Technik findet, ob ihr die benutzen würdet. Und lasst auf jeden Fall mal einen heftigen Daumen da. Ähm, okay. Du verpiss dich hier mal bitte ganz schnell, danke. Wapp, bapp, da-da-di-da-di-da-di. Wapp, bapp, da-di-da-di-da-di. Wapp, bapp, da-di-da-di-da-di. Ich singen, wapp, bapp, di-da-di-da-di. Wapp, bapp. Wapp, bapp, di-da-di-da-di. Wapp, bapp. How-to-Client. Verpissen sie sich. Vielen Dank. Okay, Jungs, jetzt wird hier kurz die Wapp, bapp, pausiert. Wapp, bapp, di-da-di-da-di. Wapp, bapp, ba-da-da-da-da-da. Ich möchte doch nur den... OP, Jungs. Bibi-Technik. Einfach nur insane. Weg mit dem. Wapp, bapp, di-da-di-da-di. Wapp, bapp, na-na-na-na-na. Wapp, bapp, na-na-na-na-na-na. Also man darf eigentlich immer so lange bauen, wie man dieses... Na-na-na-na-na-na macht. Also das ist so die Regel. So hat Bibi mir das auf jeden Fall am Telefon erzählt, dass man das so machen soll in der Minecraft-Badwars-Szene. Und ja, wir spielen jetzt die Runde auf jeden Fall noch zu Ende hier. Vielleicht können wir hier noch was reißen. Achso, ich habe natürlich wieder... Wapp, bapp, di-da-di-da-di. Wapp, bapp, di-di-di-di. Nein! Es ist halt schnell, Jungs. Es ist halt wirklich schnell. Aber manchmal, in manchen Situationen, denkst du dir nur so... Ah, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Da würde ich doch lieber anders bridgen. Aber naja, wir ziehen jetzt hier mal durch. Wir haben ja nicht mal einen vernünftigen Weg gebaut, sehe ich. Wapp, ach ne. Wapp, bapp, di-da-di-da-di. Wapp, bapp. Na-na-na-na-na. Wapp, bapp. Di-da-di-da-di. Wapp, bapp. Scheibenkleister! Nicht Achelo, der fickt mich jetzt in meinen Po. Oh no, oh no, oh no! Ja, das war's von dem Video. Wenn es euch jetzt gefallen hat und ihr mehr von diesen geilen Klicktechniken sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, schreibt unter den anderen Bedwars-Youtubern auch mal runter, dass ich die Bibi-Klicktechnik mal angucken soll. Bis dahin bleibt der Lümmrich, haut rein. Ciao!